Das MacBook ist in den Köpfen vieler Nutzer das ultimative Notebook. Innovationstechnisch hat Apple aber in den letzten Jahren ordentlich nachgelassen und musste den wichtigsten Markt an die Windows-Hersteller abgeben. Mittlerweile werden im Bereich über 1000 Euro, nämlich mehr Windows-Laptops verkauft als MacBooks. Das war nicht immer so. Das beweist, für viele Nutzer sind Convertible Notebooks einfach die besseren Notebooks. Sie bieten Tablet-Modi, Stiftunterstützung und Touch-Displays. Allerlei sichtbare Vorteile also, die sich gegenüber einem MacBook leicht vermarkten lassen. Wenn man aber einen ganz normalen Laptop will und den ganzen Schnickschnack nicht braucht, ist das MacBook dann weiterhin die beste Wahl? HP sagt ganz klar Nein mit dem neuen NV13. Es soll ein Premium-Design und gute Hardware in einen Preisbereich deutlich unter den MacBooks bringen. Das mit dem Design stimmt jedenfalls, denn das NV13 ist ein wirklich schönes Notebook. Es besitzt kein langweiliges Gehäuse, wirkt dennoch sehr stilvoll und hochwertig. Das Scharnier erfüllt hier zudem einen weiteren Zweck, indem es die Tastatur leicht anhebt und dadurch für Ergonomie und bessere Luftzirkulation sorgt. Von der Verarbeitung ist es nicht ganz auf Top-Niveau eines Spectre X360 oder Surface Laptop, kostet immerhin aber auch mindestens 250 Euro weniger. Das Aluminium-Gehäuse ist etwas dünner als bei den anderen genannten Geräten und demnach auch etwas flexibler. Solange man es allerdings nicht täglich runterwirft, wird man das im Alltag getrost ignorieren können. Von der Hardware gibt es drei Konfigurationen, von denen meiner Meinung nach zwei wirklich interessant sind. Einerseits gibt es das günstigste Modell mit Core i5-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD. Andererseits das teuerste Modell, das einen mobilen Intel Core i7 der siebten Generation hat und eine dedizierte Grafikkarte. Wir haben keines der beiden Modelle getestet, sondern jenes Modell bekommen mit Core i7-Prozessor, aber ohne Grafikkarte. Das i5-Modell sollte im Alltag ein bisschen ruhiger sein, da der Lüfter nicht so häufig auftritt und die Variante mit Grafikkarte sollte sich dann auch durchaus für aufwendigere Arbeiten unterwegs eignen. Beispielsweise auch 4K-Videobearbeitung und sogar aktuelle Spiele sollten in 1600x900 Auflösung flüssig spielbar sein. Das günstigste Modell liegt derzeit bei 955 Euro, ist also durchaus noch preiswert, aber die Höchstkonfiguration ist bei einem Preis von 1200 Euro wirklich ein echter Geheimtipp. Mehr Leistung in einem 13 Zoll Notebook gibt es sonst nur im Surface Book mit Performance Base und das kostet bekanntlich das Doppelte. Das i5-Modell ohne Grafikkarte sollte für alltägliche Aufgaben bis hin zur Bildbearbeitung ausreichend sein. Normale Anwendersoftware von Office bis Chrome laufen auf dem Notebook gänzlich ohne Probleme. Und dann auch sogar ziemlich lange. Das HP NV13 wird mit einer Akkulaufzeit von 12 Stunden beworben, die ihr in Wirklichkeit bei normaler Nutzung nicht schaffen dürftet. Es ist üblich geworden, dass die Hersteller bei diesen Werten ein bisschen übertreiben. In unserem Test kamen wir mit einer Ladung auf knapp über 9 Stunden, bei mittlerer Herrlichkeit und dem Surfen im Internet. Was HP allerdings als Fast Charge bezeichnet, sollte heute der Standard sein. Das HP NV13 lädt nämlich in 90 Minuten auf 90% und das leider nicht über USB Typ C Stecker, sondern über einen proprietären Anschluss. Ein allzu großes Problem ist das im Alltag nicht, denn noch ist der HP Stecker leider zum Laden von Notebooks üblicher als USB Typ C. HP hat sich beim neuen NV13 dafür entschieden, ein verglastes 13,3 Zoll Full HD Display anzubieten, womit die matte Option des Vorgängers wegfällt. Durch die stärkere Spiegelung und die nur unterdurchschnittliche Helligkeit ist es für den Einsatz bei Sonnenlicht draußen nur schlecht geeignet. Selbst bei bewölkten Himmel tritt die Spiegelung noch auf, aber vor einem hellen Fenster kann man es durchaus noch benutzen. Die Tastatur ist zum Arbeiten außerordentlich gut geeignet. Sie besitzt einen vergleichsweise hohen Hub und bietet beim Tippen sehr viel Feedback. Man muss sich einige Minuten daran gewöhnen, doch danach möchte man sie gar nicht mehr missen. Es gibt eine Tastaturbeleuchtung, welche nur die Stufen ein- und auskennt. Durch den hellen Hintergrund und den niedrigen Kontrast zum Aufdruck benötigt man die Beleuchtung häufiger als bei Notebooks mit schwarzen Tastaturen mit weißem Aufdruck. Das Touchpad ist bedingt durch das rahmenlose Design des Displays etwas kleiner ausgefallen, sodass einem gelegentlich einfach die Fläche ausgeht. Es reagiert allerdings sehr zuverlässig auf Eingaben und Gesten, wenn auch HP leider weiterhin auf den eigenen Treiber setzt und nicht den Präzisions-Touchpad-Treiber von Microsoft verwendet. Das Touchpad ist im Alltag sehr zuverlässig und schnell. Das kann man vom Fingerprint-Sensor, der wirklich schön dezent im Touchpad versteckt ist, leider nicht immer sagen. Dieser benötigt nämlich gerne einmal einen zweiten Versuch und fragt schon nach dem dritten gescheiterten Versuch den PIN-Code ab. Insgesamt ist das HP Envy 13 aber ein wirklich gutes Notebook. Es hat ein wunderschönes Design, das es in dieser Hinsicht ganz vorne mitspielen lässt. Ist gut verarbeitet, ausgestattet und preislich durchaus unter seiner Konkurrenz angesiedelt. Es ist zweifellos besser und schöner als ein MacBook Air, worin drei Jahre alte Hardware für mehr Geld verkauft wird. Es ist auch schöner als das Dell XPS 13. Das HP Envy 13 ist einfach ein wirklich gutes Notebook, das vieles richtig und fast nichts falsch macht.